Die Feiertage Während die meisten Menschen die Feiertage genutzt haben, um eine gemütliche Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen, hat sich unser Rechercheteam von Animal TV erneut auf den Weg gemacht, um das tägliche Tierleid in Mastanlagen zu dokumentieren. Die eigentlichen Bewohner der Anlage, die Schweine, haben keinerlei Möglichkeit, ihre natürlichen Grundbedürfnisse zu befriedigen. Dank der vorherrschenden Verdrecktheit haben sich aber neue Bewohner in der Anlage breitgemacht, Fliegen und ihre Maden. Die Schweine verbringen ihr kurzes Leben im ständigen Stress unter ekeligen, unhygienischen Zuständen. Doch nicht nur die Gesundheit der Tiere ist dem Besitzer offenbar egal, solange die Tiere nur bis zum Schlachttag überleben. Auch die Sicherheit dieser intelligenten Wesen scheint nicht sonderlich wichtig zu sein, wie diese offene Flamme nur einen Meter über den Tieren eindrucksvoll demonstriert. Bitte unterstützt diese Quälerei nicht. Wie das geht? Ganz einfach. Kauft kein Fleisch. Kauft kein Fleisch.